Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war am 3. Oktober wandern mit meiner Familie in Belgien im Hohenfenn. Diese Wanderung macht sogar Leuten Spaß, die Wandern nicht mögen. Sie ist einfach nur schön. Viel Spaß beim Video, los geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.